Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum ZPO-Erkenntnisverfahren, insbesondere zur prüfungsrelevanten Zuständigkeit der Gerichte. Heute wollen wir uns mit der sachlichen Zuständigkeit der Gerichte befassen. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen § 23 und § 71 GVG. Dass das GVG maßgeblich ist, bestimmt wiederum § 1 ZPO. Beides haben wir schon im Einführungsvideo angesprochen. Die sachliche Zuständigkeit kann sich zum einen aus speziellen Zuweisungsnormen ergeben. Zum Beispiel sind nach § 23 Nummer 2 Buchstabe A GVG immer die Amtsgerichte zuständig, wenn es um Streitigkeiten über ein Mietverhältnis über Wohnraum geht. Prüfungsrelevanter ist aber die Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit nach dem Streitwert. Die Grenze für die Zuständigkeit der Amtsgerichte liegt bei einem Streitwert von 5000 Euro. Alles, was darüber liegt, also alles ab dem Betrag von 5000 Euro und einem Cent, gehört vor das Landgericht. Das ergibt sich aus § 23 Nummer 1 GVG. Die Berechnung des Streitwerts erfolgt wiederum nach der ZPO, was § 2 ZPO festlegt. Aber Achtung! Im Zivilprozess gibt es verschiedene Streitwertsbegriffe. Wir beschäftigen uns hier mit dem Zuständigkeitsstreitwert. Der Gebührenstreitwert und der Rechtsmittelstreitwert sind dagegen wenig oder gar nicht examensrelevant. Einsteigen wollen wir in die Berechnung mit einer kleinen anekdotischen Fangfrage, die es nach Erzählungen von Kommilitonen tatsächlich immer mal wieder in der mündlichen Prüfung gibt. Warum sagt man einerseits judex non kalkulat? Die Richterin oder der Richter rechnet nicht, muss aber andererseits trotzdem den Streitwert berechnen, um die sachliche Zuständigkeit bestimmen zu können. Judex non kalkulat bezieht sich nach wohl herrschendem Verständnis auf die Gewichtung von Argumenten. Sie werden nicht quantitativ zusammenaddiert, sondern einzeln bewertet. So kann auch der Seite mit weniger Argumenten, die aber gewichtiger sind, der Vorzug gegeben werden. Judex non kalkulat meint dagegen nicht, dass Richterinnen und Richter nicht rechnen können. Die Streitwertberechnung werden wir uns jetzt mit ein paar Beispielsfällen anschauen. Fall 1. Klägerin K macht gegen den Beklagten B einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 4000 Euro geltend. Entscheidend für den Streitwert ist das wirtschaftliche Interesse der Klägerin. Bei Leistungsklagen und positiven Feststellungsklagen stellt man Forderungen mit dem Nennwert in die Rechnung ein. Das gilt auch dann, wenn der wirtschaftliche Wert einer Forderung etwa wegen drohender Insolvenz des Beklagten geringer ist. Diese Grundsätze hat der Gesetzgeber wohl für so offensichtlich gehalten, dass er sie nicht kodifiziert hat. Im Fall 1 besträgt der Streitwert also ohne große Rumrechnerei 4000 Euro. Zuständig ist gemäß § 23 Nr. 1 GVG das Amtsgericht. Weiter mit Fall 2. Weil B lange nicht gezahlt hat, klagt K zusätzlich zu den 4000 Euro den Betrag von 1001 Euro Verzugszinsen ein. Die Lösung dieses Falls ist in § 4 ZBO zu finden. Schauen Sie bitte mal rein. Beträgt der Streitwert jetzt 5001 Euro oder weiterhin 4000 Euro? Er beträgt weiterhin 4000 Euro. Gemäß § 4 Absatz 1 Absatz 2 ZBO bleiben Zinsen nämlich unberücksichtigt, wenn sie als Nebenforderung geltend gemacht werden. Aber Achtung, das geht wirklich nur dann, wenn die Zinsen eine Nebenforderung sind. Wenn K beispielsweise zusätzlich Zinsen aus einem Darlehensvertrag einklagt, gilt § 4 ZBO nicht. Stattdessen werden die Ansprüche dann gemäß § 5 Absatz 1 ZBO zusammengerechnet, klagt K 4000 Euro Kaufpreis und 1001 Euro Darlehenszinsen ein, beträgt der Streitwert also 5000 und 1 Euro. Alles klar? Dann jetzt Fall 3. K klagt 4000 Euro ein, B rechnet mit einem Gegenanspruch in Höhe von 2000 Euro auf. Da der Zuständigkeitsstreitwert nur aus Klägerperspektive berechnet wird, bleibt die Aufrechnung des B unberücksichtigt. Das gleiche gilt, wenn Wiederklage in Höhe von 2000 Euro erhoben wird. Das steht in § 5 Absatz 2 ZBO. Wie sieht es dagegen aus, wenn kleine Variante im Fall 4, die K 4000 Euro einklagt, B aber Wiederklage in Höhe von 6000 Euro erhebt? Die Wiederklage alleine würde dann die 5000 Euro Grenze reißen und die Wiederklage müsste zum Landgericht. Für die Berechnung des Streitwerts kommt es gemäß § 4 ZBO auf den Zeitpunkt der Klagererhebung an. In diesem Moment wird die Klage rechtshängig. Das steht in § 261 Absatz 1 ZBO. Aus § 261 Absatz 3 Nummer 2 ZBO ergibt sich, dass die in diesem Zeitpunkt begründete Zuständigkeit durch nachträgliche Umstände nicht mehr verändert wird. Diesen Grundsatz nennt man auch Perpetuatio fori. Den Begriff der Rechtshängigkeit behandeln wir noch ausführlich in einem weiteren Video. Nach der Grundregel der § 4 und § 261 Absatz 3 Nummer 2 ZBO ist es jedenfalls unbeachtlich, dass die Wiederklage in Höhe von 6000 Euro zur Zuständigkeit der Landgerichte gehört. Aber Vorsicht! Der Gesetzgeber hat in § 506 ZBO eine prüfungsrelevante Ausnahme normiert. Schauen Sie bitte mal rein. Bei einer nachträglichen Erhöhung des Streitwerts über die 5000 Euro Grenze kann eine Partei die Verweisung zum Landgericht beantragen. § 506 ZBO sollten Sie sich unbedingt an § 5 ZBO und an § 261 Absatz 3 Nummer 2 ZBO heranschreiben, weil er in einer Klausur schwierig zu finden ist, wenn man sich nicht mehr genau erinnert. Ganz grundsätzlich erleichtert ein gut kommentiertes Gesetz Klausuren, die Nebengebiete wie die ZBO betreffen, erheblich. Erkundigen Sie sich also, ob und wie viele Anmerkungen erlaubt sind. Jetzt aber noch einmal Vorsicht! Beachten Sie bitte, dass § 506 ZBO nur in eine Richtung wirkt. Dazu Beispielsfall 5. K. klagt zunächst 6000 Euro ein, ändert Ihre Klage dann aber später und beschränkt sie um 1000 Euro. Eine Klage über 5000 Euro gehört eigentlich vor das Amtsgericht. Hier bleibt es aber bei der Grundregel der § 4 261 Absatz 3 Nummer 2 ZBO. Die sachliche Zuständigkeit der Landgerichte wird durch die Klageänderung nicht berührt. § 506 ZBO erlaubt also den Weg vom Amtsgericht zum Landgericht, nicht aber den Weg vom Landgericht zurück zum Amtsgericht. Schwierig ist die Streitwertberechnung bei immateriellen Ansprüchen. Im letzten Beispielsfall 6 macht K gegen B einen Unterlassungsanspruch wegen Verletzung Ihres Persönlichkeitsrechts geltend, weil B die K mehrfach als blöde Idiotin bezeichnet hat. Das Gericht muss hier auf die Generalklausel zur Streitwertbestimmung in § 3 Halbsatz 1 ZBO zurückgreifen. Der unbestimmte Rechtsbegriff des freien Ermessens gibt einen weiten Entscheidungsspielraum. In der Prüfung bietet es sich an, einen Maßstab zu konturieren, sodass er auf die im Sachverhalt enthaltenen Informationen passt. Im Anschluss muss alles ausgeschlachtet werden, was der Sachverhalt hergibt. In unserem kleinen Fall kommt es entscheidend darauf an, wie sehr K durch die Beleidigung betroffen ist und wie oft sie sie bereits erdulden musste. Ein Streitwert über 5.000 Euro ist hier eher unwahrscheinlich. Insgesamt kann man festhalten, dass Sie bei der Streitwertberechnung eng am Gesetz arbeiten müssen. Die § 6 bis 9 haben wir im Video nicht ausführlich behandelt. Auch Sie können in der Prüfung aber relevant sein. Behalten Sie immer die Grundsätze im Hinterkopf. Der Streitwert wird nach dem wirtschaftlichen Interesse des Klägers berechnet. Ansprüche werden grundsätzlich zusammengerechnet, außer es sind Nebenforderungen oder es wird eine Wiederklage erhoben. Eine einmal begründete sachliche Zuständigkeit bleibt gemäß § 261 Absatz 3 Nr. 2 ZPO bestehen, wozu aber § 506 ZPO eine Ausnahme enthält. Das war's mit unserem Video zur sachlichen Zuständigkeit und zur Streitwertberechnung. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.